Yo Leute, was geht ab? King Kallis mit einem neuen Video am Start. Heute mal wieder ein MW2 Call of Duty Gameplay auf meinem Kanal. Und zwar haben wir ja die letzten zwei COD-Videos challenge gemacht mit jedem Sturmgewehr nach dem Kill, dann mit jedem LMG nach dem Kill. Jetzt kommt da was besonderes und zwar jedes Sniper nach einem Kill, aber nicht normal killen, sondern No Scope. Das heißt, ich muss den Gegner No Scopen, das heißt aus der Hüfte killen und dann wechseln wir zum nächsten. Wird schwierig, wird vielleicht länger dauern, aber ich nehme die Challenge an und ich hoffe, ich kann euch damit unterhalten. Und ja, meiner Meinung nach wird es schon länger dauern, weil es gar nicht so einfach ist. Ich habe gerade mal ein bisschen im Schießstand probiert, vielleicht so eine Taktik, aber wir sehen das dann. Und noch als kleiner Tipp, das Einzige, was ich drauf machen darf, also der Einzige Aufsatz ist ein Laser, mehr nicht. Keine Tarnung, da wäre es ja egal, aber kommt auch nicht drauf. Kein anderer Aufsatz, nur ein Laser und das war's. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im Spiel bis Glisch. So, im Spiel angekommen. Werden wir mal gucken, das Beste draus zu machen. Ich kann euch versichern, dass ich sehr oft sterben werde. Aber wir machen einfach das Beste draus. Also, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber das ist der Erste. Und wir wechseln zum nächsten Sniper. Wie gesagt, das Einzige, was wir drauf machen, ist ein Laser. Und zwar den hier. Mehr, aber auch nicht. Ich glaube, es ist noch mal einfacher, wenn der Gegner vor dir steht, anstatt er weit weg ist. Und der Chat wird auch noch mal zu einem Problem. Ah, der war nur ein Hitmarker. Und da haben wir auch den Kill. Das heißt, nächste. Nächste. Es ist wirklich nicht einfach. Jetzt nicht mal, wenn der Kick nach vor mir steht, treffe ich den. Da haben wir ihn. Den haben wir nicht mehr bekommen. Nächster Sniper. Und Abfahrt. Also Leute, unterschätzt das nicht. Das ist echt sehr schwer. Zum Beispiel, das gerade war ein Glückstreffer. Aber wir haben ihn betroffen. Also ich glaube, mit der Sniper, das dauert jetzt ein bisschen. Ja. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Nächster. Auch geschafft. Sogar beim ersten Mal. Und die letzte. Und doch jetzt schneller. Haben wir auch. Also wir haben es jetzt eigentlich geschafft. Ah Leute, wir haben es geschafft. Schnell als ich gedacht habe. Also es wird ein sehr kurzes Video. Aber ich habe die Challenge geschafft. Das ist die Hauptsache. Und ja. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, mit welcher Waffenkategorie ich das nächste Video machen soll. Dann werde ich das tun. Und bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.